Servus Leute und herzlich willkommen zum Review des Handheld Video Capture Henkels bzw. U-Form Holders. Den Link zum Produkt bzw. die Links zu den Produkten packe ich euch in die Beschreibung und nun zum Review. Das Ding ist relativ simpel wie auch effektiv aufgebaut. Die Konstruktion besteht im Wesentlichen aus Kunststoff. Der Henkel ist oben mit Schaumstoff ummantelt. Die Auflagefläche für die Kamera ist mit einer Gummischicht bedeckt und die Kufen sind auch mit einer Gummischicht bedeckt. Auf die obere Gummischicht für die Kamera packt ihr dann eure Kamera drauf. Die wird dann mit einem Stativgewinde befestigt. Es ist auch möglich die optische Achse auszugleichen, wenn das Stativgewinde nicht ganz in der optischen Achse ist. Das ist ja bei einigen Camcornern so und bei einigen Evel Kameras und Kompakt Kameras. Und somit könnt ihr das dann halt ausgleichen, dass die fertige Aufnahme dann auch wirklich richtig gut aussieht. Man kann den Schwerpunkt auch noch ausgleichen. Also je nach Schwerpunkt, je nach Größe eures Objektives kann man den Schwerpunkt dann auch noch nach vorne und nach hinten verschieben. Also die Kamera etwas weiter nach vorne oder weiter hinten befestigen. Oben an diesem Video Henkel ist dann noch ein Zubehörschuh. Da könnt ihr ein Mikrofon dran befestigen oder auch ein LCD-Display, wenn eure Kamera an der Seite keines hat. Oder auch eine Videoleuchte gegebenenfalls. Kritisch habe ich am Anfang die Konstruktion gesehen. Da sie halt aus Kunststoff ist, irgendwie hat mir das nicht so vertrauenserwürdigen Eindruck gegeben. Anfangs, aber in dieser Konstruktion liegt eigentlich auch der Vorteil. Und zwar ist das wirklich alles sehr flexibel gebaut mit dem Plastik. Und so können halt ja leichte Verwackler durch den Kameramann oder halt auch durchs Laufen des Kameramanns ausgeglichen werden. So wird die Aufnahme eigentlich wirklich noch besser. In Action funktioniert das Ding wirklich richtig gut, besonders mit Weitwinkelobjektiven oder Fischeis. Bei höheren Brennweiten, so ab 35mm wird es dann problematisch. Bei Camcordern, die ja einen deutlich besseren Bildstabilisator besitzen, gehen auch natürlich noch mehr Millimeter. Aber umso mehr Weitwinkel, umso besser werden die Aufnahmen dann auch. Was ich auf jeden Fall empfiehlt, ist, dass man die Aufnahmen digital in der Nachbearbeitung nochmal nachstabilisiert. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Ding wirklich richtig gut. Die Links sind ja praktisch wie immer in der Beschreibung. Das Ganze kann man bei T-Mart kaufen, welchen mir das Gerät auch diesen Video-Hänkel zur Verfügung gestellt haben. Und ein ähnliches Modell ist noch günstiger. Eine weitere sehr interessante Anwendung finde ich, wenn man den Video-Hänkel nicht als Hänkel benutzt, sondern als Griff an die Seite, dann kann man die Kamera von der Seite nochmal halten und kann den Griff dann so nochmal vielseitig in anderen Positionen, Perspektiven einsetzen. Und unten am Stativgewinde, an diesem Festdreh-Ding, ist dann nochmal ein Gewinde drin und man kann dann das Ding zum Beispiel noch am Dolly befestigen, was ich auch wirklich eine richtig coole Sache finde. Und damit ist alles gesagt. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Teil. Ich kann es wirklich jedem Hobby-Filmer nur ans Herz legen, dass er sich so einen Teil zulegt. Man kann wirklich nicht viel damit verkehrt machen. Und damit bis zum nächsten Review. Ciao! Ciao!